Musik Herzlich Willkommen! In diesen Tagen beginnen ja nun für Schülerinnen und Schüler die Sommerferien. Feine Sache könnte man sagen angesichts des herrlichen Wetters. Und gleich wie die Zeugnisse im Einzelnen ausgefallen sind, wünsche ich natürlich allen Schülerinnen und Schülern erlebnisreiche Wochen. Eigentlich müsste auch die schwarz-gelbe Bildungspolitik ein Zeugnis bekommen. Gestartet ist die Bildungsministerin im September des vergangenen Jahres mit der Ankündigung eines Gipfelsturms. Gelandet ist sie allerdings im Tal der Tränen. Das gibt aus unserer Sicht die Note ungenügend auf dem Zeugnis. Sie wird sich also gewaltig anstrengen müssen, wenn sie Deutschland wirklich in eine Bildungsrepublik verwandeln will. Das letzte Gipfeltreffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten zur Bildung kann man eigentlich nur als gescheitert betrachten. Von den Ankündigungen des ersten Bildungsgipfels ist nämlich kaum noch etwas übrig geblieben. Verbindliche Absprachen zwischen Bund und Ländern, eine bessere Bildungsfinanzierung, diese werden seit Jahren verschleppt und vertagt. Die Sparpakete und Milliardenlöcher sind aus unserer Sicht und aus der Erfahrung vieler Betroffener eben aktuell und konkret. Und auf der Strecke bleiben Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen. Der Rotstift regiert an Schulen, an Hochschulen, der Krippenausbau stockt. Fachkräfte fehlen genauso wie Ausbildungsplätze. Hilfsprogramme, Hilfsprogramme wohlgemerkt der Bundesregierung, werden diese Defizite nicht ausgleichen können. Die Milliarden für ausgewählte Exzellenzuniversitäten beispielsweise wären besser aufgehoben in grundständiger Hochschullehre. Das Betreuungsgeld in den Krippenausbau und die Mittel für das unausgegorene Stipendienprogramm ins BAföG investiert. Wenn der Bund nun lediglich auf der Ausgabenseite spart, werden Länder und Kommunen, die ja den Hauptteil der Bildungsausgaben tragen, weiter in Finanznöte getrieben. Wir sagen, nur wer bereit ist, die Steuereinnahmen zu lasten, großer Vermögen und hohe Einkommen zu erhöhen, ist auch in der Lage, die notwendigen Ausgaben in der Bildung zu finanzieren. Wer dazu nicht bereit ist, der betreibt keine seriöse Bildungspolitik. Und nicht zuletzt, das Kooperationsverbot, das die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildung untersagt, muss fallen, damit endlich Bund und Länder im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe die dringend notwendigen Verbesserungen in der Bildung zusammenschultern können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017